Yo Leute, willkommen zu einer Runde SG 2.0, wir spielen auf 5 mit Chiyo. Ih, das ist Madagaskar. Hä? Achso, ja, egal, wir spielen. So, passt. Leute, wir haben schon ordentlich gespielt, also das meiste waren jetzt gerade Aufnahmeversuche, deswegen habe ich jetzt keine Vince mehr gemacht, aber vorhin sah es noch echt gut aus, jetzt ist es schon wieder schlimm. Naja, äh, komm, ich will irgendwas Gutes kriegen. Ah, ein Dia ist doch schön. Spitzig. Hä? Ich hit den zurück und er fliegt nach vorne. Was macht denn das für einen Sinn? Oh Gott, ich glaube, er hat eine Waffe. Ja, ich glaube schon. Ich habe auch eine. Ach, du Kacke. Okay, die Turns muss man jetzt auf jeden Fall anders machen mit der Range. Ja. Hätten die Range auch einfach lassen können. Magic hat auch eine Waffe. Ich quitte. Alter, ich bin tot. Geh doch weg von mir, bitte. Ich muss irgendwie gucken, dass ich wegkomme. Danke fürs Spawn. Was? Nee, ich habe nicht gedankt, dass auf diesem Server eine Sache funktioniert. Achso. Ey. Leute, ich habe Magic kurz geflautert. Komm, Supply Drop. Das ist ein bisschen Kacke, dass es so lange dauert, aber... Ah, warte mal, hier ist eine Webbench drin, dann mache ich mir jetzt die erst halt hier. Zack. Ich mag das Geräusch. So. Bist du da vorne? Nee, doch, da bist du. Ja. Oh, ich kann ihn nicht boosten, aber der hat auch eine Rocket, die brauche ich. Warte, ich versuche gleich zu boosten, wenn ich herankommen würde. Nee. Nee. Ah, schöner Hit. Ja. Du kriegst immer noch mehr Punkte als ich. Ich habe einen bekommen. Ich habe aber auch nur einen. Oh. Oh. Na gut, ja. Jetzt habe ich aber eine Rod. Du verholst doch schon wieder jemanden. Ja. Schau mal, wie ich da komplett will, Gio. Ist der da? Ja, nee, also ich kriege ihn nicht, aber er rennt halt weg. Oh Gott. Oh, danke. Wenn ich jetzt sterbe, kriegst du halt Punkte für mich. Du hast zu lösen. Schaut um. Ja, nice, jetzt kriege ich nur noch drei Punkte, wenn ich nicht... Oh, scheiße. What you doing? Gio. Komm, ich helfe dir mal. Mal hinter uns. Ja, ich habe halt keine Rod, Mann. Ja, ich habe halt keine Rod, Mann. Cheer, love. Okay. Halbes Herz. Hab ihn. Nice. So. Abgefuckte, drinnen, Rod, da hinten. Danke. Hinter uns. Was, wo? Hä? Achso, hinter uns. Ist der da. Ohne war, glaube ich, gerade jemand. Hä, der ist doch da vorne. Ja, da. Ja, aber der ist auch nicht weg. Lass uns spawnen, einfach da waren wir. Ey, hab halt Adler-Augen. Komm mit. Langweilig. Was ist denn? Der hat doch nicht mehr was für uns. Ah doch, schon. Der hat sich das halt. Ja, stimmt schon. Ist gut. Ruhig dich. Also, Leute, keine Ahnung. Hey. Ich weiß irgendwie noch nicht so ganz, was ich davon halten soll, weil man halt so eine richtig krassere Range hat. Ich meine, meistens ist es für mich ein Vorteil, weil ich habe eh eine gute Range und damit halt jetzt noch krasser irgendwie so. Aber, keine Ahnung. Es ist halt auf jeden Fall eine Umstellung zu normalen SG. Warte, warte, ich wusste ich. Nice. Alter, wer der fährt jetzt aus deinem Map geflogen? Wieso habe ich so wenig bekommen? Vier. Wieso habe ich Simon, ich habe nicht zum Spagett? Ich habe 47%. Ja. Also, hast du wahrscheinlich zwei Punkte. Ja. Ja. Richtig. Leute, die Runde finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Es werden schon viele richtig per Grund. Und eine habe ich aber gewonnen. Ah, dann hieß es nur mit zwei Kills oder so. Das war komisch. Ja, ich sehe es. Genau. Ja, das war clean. Wambusine. Wambusine hast du in deinem Top 5 Entry gekillt. Das stimmt. Oh, shit. Nicht mehr bekommen den Hit. Hinter mir ist niemand. Okay, dann lass weiter. Ich muss essen. Da drüben, links wird auch Oni oder so. Was ist? Oni oder so, dieser Wambusine. Hinter mir ist noch jemand. Soire Max oder so. Ich feite den, aber gut. Achso, nee. Ich meine, ich bleibe da an ihm dran. Aber der kämpft erstmal nicht. Okay, ich hoffe, dieses war Max gleich. Es kann sein, dass der gleich feitet. Nein, ich habe keine Feile mehr. Bitte brenn aus. Nein, er kann nicht rotzbillen. Und er verbrennt nicht. Feile. Feile. Oh, schade. Okay. Ich gebe es auf. Ich will mich nicht rotzbillen lassen. Das fängt ab. Ja, auch nicht. Oh, warte. Alter, was geht denn da ab? Gio, hier sind so viele. Da, wo wir gerade waren. Hab einen. Jo. Komm, einfach spawnen. Komm mal. Wir zeigen dir alle Team. Da, 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 da. Ich glaube, es ist jetzt halt erst einmal im DM, ne? Und das war im ersten Match. Nein. 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 Oh Gott. Bin genau umspawn. Halves. Halves. Er hat mir geholfen. Ich quitte. Der erste liegt jetzt wieder auf halve. Nein. Der andere kommt von der Seite. Jetzt bin ich tot. Hä? Die helfen mir alle. Hier, ich bin rausgekommen. Nice. Mach mal Zeit mit ihm. Aber ich will nicht teamen, weil ich schon gerät hab. Nee, sorry. Und warum random team? Okay, jetzt. Bin ja so ganz alleine. Ja, komm und zum spawnen jetzt. Ja, ich bin genau am spawnen, Junge. Die ganze Zeit. Dann lauf Richtung Westen. Nein, komm einfach genau in die Mitte. Okay. Alter, das war so knapp. Ich war auf dem halben. Und dann nochmal auf einem Mond. Ich seh dich. Nein, sorry. Die Boosts waren kacke. Aber ich krieg gleich so nicht. Jawoll. Die Orang kriegt schon mal den Kill. Hinter mir ist wieder das 2 Max. Egal, egal. Nein, du turnst noch nicht. Okay. Ja, dann hab ich auch gesagt. Sicher, dass ich nicht turnen soll? Alter, er rot ist schon wieder. Ich geb ihm halt die ganze Zeit. Und jetzt Bossband, ja. Ja, dann renn halt. Alter, er drift halt sogar was. Hast du ihn? Warte. Nee, das war nicht so einander. Ja, ich hab nirgendwenn anders gerade gesnackt. Also so gecleaned. Außer bis du, Moin. Oh Gott, Alter. Junge. Sorry, sorry. Komm, der ist laut, der ist laut hier. Ab ihn. Nice. Hab sogar einen Punkt auch gemacht. Ich hab den am Anfang so gegeben. Ey, den haben erstens noch andere gehittet. Und zweit, glaub ich, den auch noch einmal. Brauchst du nen Eisenschwer? Ne, nicht zweimal. Ähm, glaub ich nen Eisenschwer brauchen, ne. Tatsächlich nicht. Alter, ich bin in das selbe Scheißloch gefallen, wie du kommend raus. Doch jetzt. Alter. Junge, wir zerstören die Runde. Ich hab acht Kills. Sechs. Jetzt leben wir immer noch fünf. Warte, lass mich kurz essen. Geh du vor. Ah, okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Hast du Pfeile? Ne. Team, die jetzt? Ja. Der sieht mich nicht. Lol. Wie der ist ein Profi, ihr findest. Nice. Oh, der Bus war gut. Wir kommen. Auf wen? Wollen die nicht fighten? Mann. Jetzt muss ich die Runde noch cutten. Aber die ist wenigstens intens, ich finde ich. Also, keine Ahnung. Also, spannend ist SG 2.0 auch. Nice, du hast ihn. Warte. Nein. Ja, nein. Wieso krieg ich einen Punkt? Ich hab auch einen bekommen. Ich hab ihn vier Hits in den Weg reingegeben. Ich hab 15% nur gemacht. Und ich krieg einen Punkt. Egal, Schia. Ich hab 30% gemacht. Kills in Kills. Trotzdem. Scheiße ist Scheiße. Ach stimmt, das wird einem auch immer als Killer geregelt. Schia, ich fight gerade den Typen. Renn, renn, renn. Ich bin ein Völler. Ja, aber da kommt noch einer. Achtung. Geh bitte weg. Brennt der aus? Ah, schade. Schia, kriegst du den? Warte. Hinter uns langsam. Hinter uns. Warte. Oh. Ich hab keinen FNS mehr. Ja, boss nimmt den einfach. Man kann hier auf jeden Fall eine ordentlich krasse KD machen, wenn man für jeden Kill, den man anhittet, halt den Kill angerechnet bekommt. Das stimmt eigentlich. Da unten, SGN, 44, 19, der 12, da hat es 20 Uhr eins. Leute, das ist cool. Und die Game-Idee steht, oh, alter. Defensiv. Leute, die haben sich gehittet. Achso, das war der mit dabei. Ja, wollen sie sich den Kill safen. Nice, und den? Ich geh auf den anderen. War was? Nice. Weißt du, das ist halt so sinnlos. Ich clean hier deinen 2-Hit und dann steht da 71% und den anderen krieg ich 65%. Ich hab den 0-Hit irgendwie. Alter, ich hab 11 Kills, aber meine Rüstung ist fast kaputt. What the fuck? Ich hab 9 Kills. Ich werd eh verlieren, weil du hier mit der Range einfach besser bist. Das ist immer so, das war auch in der S8. Da haben die offensiven Spieler übel den Vorteil. Ja. Bereit? Ja. Hey, der Typ über mir. Du fliegst gerade über mir. Ja, hey. Ich hab direkt keinen Bock mehr auf das Wunderhorn. So kann man nämlich einfach die gute alte Range wiederholen. Ihr müsst wissen, ich hab Fracks eben, kurz bevor SG 2.0 rauskam, kann ich gerne hier mal einblenden. Ge-L-Cardet. Nein. Oh Gott. Jetzt haben wir hier diese... Was? Oh Gott. Okay, wenn man sich ein bisschen an die Range gewöhnt, dann geht's da was. Ja, eben. Ich hab gesagt, du musst dich dran gewöhnen, dann geht's. Ich mein, ich spiel's auch nicht täglich 1-8, aber ich spiel's immer nach und zu. Oh, komm, wo das war. Ich treff halt aber auch gerade keine Rod. Ah. Oh, nein. Was? Oh Mann. Die beste Runde wird wieder einem durch seine Mom kaputt gemacht, weil sie das WLAN ausmacht. Oh Mann. Oh. Oh. B 모�全部 hier. solo, machbe근.